Und wir sind wieder da. Herzlich willkommen, Tates from the Borderlands. Also ich bin Alex Defendor, ist das der YouTube-Kanal Der Dritte Spieler und es geht weiter. Wir scannen den Kran. Wir scannen ihn hart. Mining Crane. Atlas Crane, Trains, Automotive, Vision. Warte, Extended Warranty? No. Keine erweiterte Garantie. Okay, was mit denen? Bandits. The Local Color. Hygiene? Keine. Überwaffnung? Sehr. Nett. Nette Leutschen. Oh, Technical. Viersitzer. The Technical is a great way to say, Hi, World. I'm gonna kill you. Klingt logisch. Ah, was ist... Oh. What? What? Oh. Hey, Bro. So. Gut, er rennt einfach rein. Glitch in the system, whatever. Okay. Oh, that hatch goes down underneath the building, but it's guarded. Okay, so you found a way in. Now remember to get in and out of there quickly. We've already taken too many risks today. You're not coming along? Somebody needs to stay and protect the getaway. I'll be waiting for your signal. Okay. Mit anderen Worten, vertraut mir nicht. Alles klar. Aber ich bin auch die, also... Ich soll mir selber nicht vertrauen. Wait, what? So, was? We've got a broken plan. Have you forgotten about the bandit parade going by? We've got a broken plan. That's the easy part. First, we find a crap hiding spot. Okay. Jo. 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 Um, what? Oh Leute! Dammit. We found another way down. After you. My way would have worked. Ich geb's zu. Sein Plan war ziemlich gut. Nur in der Umsetzung ein bisschen, ähm... Ja, thanks. Das werde Licht. Meine Güte. Komm mal klar. Ich kann nicht glauben, dass ich jemanden von Hyperion vertraut habe. Wir sollten niemals dich mit uns kommen lassen. Keep moving. You're not running the show. If you got a better idea, then... Fine. What would you like to do? We should keep moving. Walk in front of me. Gute Idee. Ah. Das muss wohl alles abges... Abgeschernt sein. Solange Zero uns nichts so vorkommt. Wow. Okay. Und nun? Das ist unser Koffer. Okay. Okay. We have the money. We have the money. Just shoot them. You have a gun. That's what they're there for, right? You got no problem pointing it at me. You can't take out a couple of guards. Uh, guns make noise. Noise attracts more guards. If we do it quiet, then we won't have all the bang-bang sounds that... All right, all right, all right, got it. Crap. We have to get to that lift. Yep, easy. I'll take the one on the left. Do you get the one on the right? Oh, do you think you can handle that? I know you Hyperion guys don't like getting your hands dirty. Oh, I'm not worried about me. Because I took out a dozen bandits earlier today. Are you sure you can handle it? And, um, are you serious? I don't know. You talk a big game, but I haven't seen you in action. Just make sure you don't scuff your nice little shoes. Okay, Hyperion boy? They're skag skin. They're atrocious. Come on. Süß. Okay. Geht das gut? Geht das nicht gut? Sneak up on the band. Typ, guck nicht da so blöd. Komm schon. What? What? Is this real or is this a joke? Oh, this is real. Real. Wait, 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 wait. That's not Eric. No, it's not Eric. It's your doom. Stop squirming. You need some help over there? What the hell? It looks like you're struggling a bit. Hey, relax. No, no, no. Don't help him. Come on, let him do it himself. What the fuck? He's right. You should handle it yourself. Oh. No, I got you. Get back, man. Wow, nicely done. I don't need that right now. Uh, how uh, let me just get that for you. Tadah. Come on. You cannot tell me that wasn't cool. Thank you. We need to get the lift working. Okay. Irgendwo hier tanzt da bestimmt der Zero rum. Die Nullnummer. Typ. I can hack it. Then do it. I can have all this rumhauen, hey. Meine Güte. Uh. Let's hack it. Just a little bend around here. We need to go back up. Oh, come on, really? I thought we were past this. Past this? Do you even know what Hyperion means to us on Pandora? The habit they caused here? It's crazy up there too. Things actually aren't so great at Hyperion right now. Yeah? Feeling the weight of your corporate overlords, are you? Good. Good. Um, what the hell was that? It's one of the power systems starting up. How is it up there, anyway? Push his hair. Up on that base, you're all in. What's it called? Helios. Right. Helios. I mean, what's it like being an emotionless cog spinning away day after day for the most bloodthirsty, brutal, soul-crushing, love-defying corporation in the whole wide universe? Is it fun? Is it something you like? I'm just curious. Look, it's not that easy, okay? Everyone's more than happy to climb the corporate ladder, even if it means using your face for a rung. Ugh. Sounds awful. Eh, it mostly is. I, uh, I have to concentrate. Can I help you? Your stun baton. It's the JR4000. Can I... Can I see it? Hold it, I guess I should say. What if I say please? Would that make it easier for you? Because I'm not saying please. Even though I've technically said it twice now. Do you promise to give it back? Yes. Pinky promise? Yes. Don't hurt yourself. Eine Waffe aus zivilisierterem Zeitalter. Oh, ma'am, you might work for the worst corporation of the universe. They do make some cool stuff. I feel like that's the case with most corporations. Thanks. Oh, look at us, we're like best friends now. Eh... Not quite. Komm, mach den Moment nicht kaputt, Ries. Meine Güte. Tim. And we are in. Password override. System online. We did it. Oh, yes. Okay. I'm impressed. I suppose you're not completely useless after all. I really appreciate that. Yeah, get the lift moving. I got in, but it didn't give me the right Clearances, so I'm gonna need a second. Ah... Ich glaube, wir bekommen... What? What? Äh... Eh? Oh, oh. No, 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 no. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Ich kann nicht die Bedeutung, sie sind alle blitzt aus! Ich weiß nicht, bleib aus dem Weg! Oh, mein Freund! Ich liebe Skats! Ich liebe Slarven! Oh, zumindest wenn wir jetzt die, wird es ein schönes Sound. Hang auf, hang auf, ich habe es. Ich habe es. Ja, ich mache es. Ich mache es. Ich mache es. Ich mache es. Also irgendwas war in diesem... ...USB-Stick oder was, der auch immer sich in den Kopf hauert. Oh... Oh, nein. Na, klasse. Oh! Oh! What? Oh! Zero! Could you let me know if you see a Gorda Skor? I really need it. Sure. We'll, uh... We'll let you know. A Gorda Skor? Doppelpunkt. Doppelpunkt. Okay. Geh weg von da! Typ. Okay. 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 Ich habe mich für die Fahrzeuge gemacht. Oh, keine Angst. Ich habe die Fahrzeuge für die Fahrzeuge gemacht. Das war nicht so hart, war es? Die Fahrzeuge, was ich? Das ist ziemlich interessant. Also, sind Sie die Fahrzeuge oder was? Ja, natürlich. Sorry, ich habe das Gefühl, das ist verrückt, aber ich wirklich nicht dein Gesicht. Ich verstehe das sehr. Du bist immer einfach so, wie er sich in etwas aufgerissen ist. Das ist nur mein Gesicht. Wenn Sie sich die Fahrzeuge vorbereiten, dann warum Sie das nicht machen? Ich denke, weil ich mit dir spreche. Das ist wahrscheinlich so. Wenn Sie wissen. Ich denke, Sie sind ein Schlagger. Okay, was sind Sie, ein secret Shopper? Sie sehen, ich bin armiert, oder? Das ist eine Waffe. Das ist eine gewisse Weise zu sprechen, mit jemandem nicht wissen. Wir beginnen. Wenn Sie nicht die Fahrzeuge haben, dann bin ich ziemlich sicher, dass ich dich in den Gesicht schreien muss. Oh, hey, hey, hey! Es gibt keine Möglichkeit dafür. Es ist nur, ähm, ein Verständnis. Wir geben Ihnen 20% unserer Gewinnerungen. Oh. Okay. Weird. Was genau sind Sie zusammen? Keine Worte. Ja. Das funktioniert. Sie bezahlen mir nicht genug, um die Worte. Ich glaube, ich werde deinen Fahrzeug bekommen. Ja. Cool. Wir haben ein Fluchtfahrzeug. Mal eben. Oh. Hey. I got something, that might interest you. Oh. Loot. You should look the part. I'm not gonna give them away for free, but you want to look like a team. Was haben wir denn hier? Steve Mask. Psycho Mask. Ich glaube, das können wir hin. Skeletal Manors. Interessante Wahl. Ich höre, dieser ist Glück. Okay. Wenn jemand fragt, dann bekommst du diese von mir nicht. Jetzt gehen wir. Die Reiter warten. Oh, ja. the whole. What the hell. It goes. What the hell. We are on a nice, clean space station right now, tabulating columns of beautiful numbers. My mask smells weird. Does your mask smell weird? Yeah. Typ, lass die Maske auf, lass die Maske auf! Ich gucke mir Hände auf, mich schon wieder rein. Der RACE wird beginnen! Was ist das an Ass? Der RACE wird beginnen, je nehmt geht's! 19 Minuten, 20 Minuten bis 20 Minuten bis 20 Minuten bis der RACE TIME. Ist das noch nie? Das war's. Das war's. Was? Oh, no. Mystery Box! No one's been able to open it, but you know you want it. So, I guess we win the race and they just give us the money. Make it sound simple. It is simple. Ish. Das könnte der leichte Teil gewesen sein. Theoretisch. Und wie das Ganze ausgeht, erfahren wir wahrscheinlich in der nächsten Episode. Das war's von mir an dieser Stelle. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Alexie Fenriess. YouTube Kanal, der dritte Spieler, Tales from the Borderlands. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschöö.